Im Jahr 2023 wurde Deutschland von einer Schneefront überrascht. Vor allem im Süden wurde schwer betroffen und in vielen Bereichen lag der Schnee bis zu 50 cm hoch, wo durch was das vollständige Verkehrssteil lahmgelegt oder stark eingeschränkt wurde. In Großstädten wie München war ein mittelgroßes Verkehrschaos aus. Doch auch Städte im Westen Deutschlands, wie beispielsweise Wuppertal, wurden überraschend von nicht ganz so großem Ende Schnee getroffen. Am nächsten Morgen waren viele Menschen damit beschäftigt, Wege freizuschippen, zu streuen oder Autoschneiden freizukratzen. Es gab aber auch Menschen, die obwohl sie der Situation nicht gelachscht werden, beschlossen, ohne groß darüber nachzudenken, sich mit in das Kano zu stürzen. Musik 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 geschnieschener schneit und unten ist ein Felix, der großen Schavernack treibt und unsere Felschen Schnee abwirft, dem wahrscheinlich wird jetzt die Gliedetruppe gerufen und es wird zurückgefetzt. Alles gut, Johnny? Ich bin Deutschland, alle auf ihn, alle auf ihn, alle auf ihn, tschüss, war schön mit dir, gefickt, du fickst mich, zur Wettunion, ja, am Ende, nein, okay, ich will vielleicht, der wird auch genuket, Max, du bist verantragt, hast du gesagt? Ja, England geht auch, England geht auch. Ja, jetzt habe ich hier aber noch ein paar. Wirklich? Ja. Die starken Jungs sind da. Die Geschichte wiederholt sich. Ey, wollen wir Schneeballroulette spielen? Was ist Schneeballroulette? Hochberg und Schneebleiben. Ja. Einer hoch und dann für die. Ja. Schneeballroulette hat gewonnen. Ja. 1, 2, 3. 5, 2, 3. 5, 2, 3. Was war mein Knopf hier? Ah war knapp. Another one. Bis einer nicht, dass er nachkriegt. Bis einer heult. Drei, zwei, eins. Oh, ich darf nicht. Der hat mich so getroffen. Ich würde sagen, es kommt wieder eine alte Schneedichte, oder? Das war meine. So, durch Schnee. Kann mir noch mal mit jemandem helfen? Aufschlagen. Night. Ach, klar. Ich glaube, dass hier irgendwas Dummes passieren wird, und dass hier nicht so, wie es geplant ist. Aufschlagen. Feuer! Ja! 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 Wie schlägt ihr? Dann mit einer Probe und vielleicht einer von euch. Geht die an, wachs, leider von euch. Sie sind gegen Köln gegen Uncool, Sie sind Köln gegen keine Heuchler und Verräter. Vielleicht sterben hier, vielleicht ist es gut. Das hast du nicht. Wooh! Ich eröffne! Check mal, ob du es da rausnimmst. Ja. Das ist das Ripp. Ich will mich dann nicht an. Du kommst danach, du stellst beide. Also, kann man nicht zu einem nur? Dann nimm Kylian, auf jeden Fall. Beide, dann du. Aha. Okay, jetzt noch mein Gäste. Für den Krieg. Äh. Für Fortnite. Für Fortnite. Für Fortnite. Ah! Nein! 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 Oh! Und Nächster! Nein! Auf die Klier. Und Nächster! Oh! 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 Geh ihn raus, den Tiger! Zeig ihnen, dass du es kannst! Johnny und ich haben uns jetzt Schneewelle gepackt, schmeißen jetzt auf Johnny und Max und düsen dann runter. Schnellen! Oh, ja, ja! Schnellen! Du musst den Singapur passen. Möchten die hier Anwesenden, dass... Jeffrey Pumpkin, das hat ihm sein Vater den Namen gegeben. Getauft wird, so antwortet bitte Ja. Mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. So taufe ich ihn nun auf den Namen des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich hab was vergessen, ne? Das Vater ist unser Sohnes. Amen. Herzlichen Glückwunsch zum Partner. Danke. Herzlichen Glückwunsch zum Partner. Danke. Das ist ein Quatsch, ey. Herz aber keine Augen. Ja, wer der blinde siehe, der taube höre oder so. Abfall. Taube höre, der blinde siehe, so war was. Herzlichen Glückwunsch zum Partner. Alles Gutt. Zicke. Habe es drauf. Keine Sorge, war guter Content. sind.